So, da sind wir wieder. Nach zigmaligem Hin- und Herladen und Speichern und Laden und Hauptmenü und Spielbeenden und Abstürzen und ich bin froh, dass das nur im Hesinde-Tempel passiert und dass wir da hoffentlich nicht nochmal rein müssen. Äh, haben mich rausgeschafft. So, spießelfing. Da seid ihr wieder. Habt ihr Neuigkeiten? Ja, ich habe aller Schwarzen Amazon getötet. Rondra sei gepriesen. Das war sehr mutig von euch. Ich bin sicher, dass Hauptfrau Dorkenschmied sehr erfreut über eure Hilfe sein wird. Ich bin zufrieden, wenn ich helfen konnte. Seid nicht immer so bescheiden. Ich werde jetzt weitere Untersuchungen in die Wege leiten. Ich frage mich, wie diese Magdhalle Enata unerkannt in die Stadt gelangen konnten. Mach das. Ich werde mich darum kümmern, was sie im Tempel gewollt haben. Bis bald. Dann viel Erfolg. Ja. Und das war... Die Magdalenata. Ich habe alle Schwarzen Amazon in mir im Hesinde-Tempel getötet. Dann ist mir auch das Dokument in die Hände gefallen, das sie gesucht haben. Ich habe spießelfing berichtet, dass die Gefahr der Schwarzen Amazon gebannt ist. Danke, dass ihr unsere Novizen wohlbehalten zurückgebracht habt. Aber sagt, was wollten diese Magdalenata denn jetzt in unserem Tempel? Waren sie wirklich nur auf der Suche nach diesem Dokument? Und haben sie es gefunden? Ich denke schon. Ich habe diese Schriftrolle bei ihrer Anführerin gefunden. Sie stammt von einem gewissen Geron Weißenfelser. Was sagt ihr? Geron Weißenfelser. Hm. Das ist ein Vorfahr von mir. Hm. Denke ich mir, Adat Weißenfelser. Das habe ich schon vermutet. Könnt ihr mir mehr über ihn erzählen? Nicht allzu vielfürchtig. Er war, so wie ich, Geweihter der Hesinde und hat in den Jahren nach der Errichtung des Tempels in Ferdog gelebt. Worum geht es denn in diesem Dokument? Ihr lest selbst. Hm. Das klingt, als ob man Arne etwas über diesen Adamanten gewusst haben würde. Eine Reise nach Kuslik und Nachforschungen im dortigen Tempel würden uns möglicherweise weiterhelfen. Vermutlich, aber das würde leider zu lange dauern. Aber halt. Dorion hier stammt doch aus Kuslik. Wisst ihr vielleicht etwas darüber? Nein, leider nicht. Ich habe heute zum ersten Mal von diesem Auge der Göttin gehört. Aber es muss mit Sicherheit ein ganz besonderer Stein sein. Wenn er tatsächlich magische Kräfte hat, könnte es sich möglicherweise um einen Mardamanten handeln. Ich frage mich, ob da vielleicht ein Zusammenhang mit dem Besuch von Frenja besteht. Ihr meint die Schwester der Marder? Frenja ist eine Schwester der Marder, einem Hesinde-Orden. Sie war vor kurzem hier im Tempel und hat in unserem Archiv etwas gesucht. Dann werde ich mit ihr sprechen. Wisst ihr, wo sie sich auffällt? Nein, das kann ich euch leider nicht sagen. Möglich, dass sie noch in Ferdog ist. Aber vielleicht ist sie auch schon wieder weitergereist. Habt ihr eine Vermutung, welche Göttin die Statue aus dem Dokument darstellen könnte? Nein, leider nicht. Ich hätte ja gesagt, dass es sich dabei um Hesinde handelt. Aber das schließt der Erzähler aus dem Dokument ja aus. Möglicherweise stellt sie eine der Töchter unserer zwölf Götter dar. Oder aber auch jemand ganz anderen. Eine wichtige Rolle scheint, diese Statuette einzunehmen. Wisst ihr etwas darüber? Die Statuette ist mir leider unbekannt. Da sie exischen Ursprungs zu sein scheint, könnte es eventuell mit Synth zusammenhängen. Synth ist eine Göttin der Achats, müsst ihr wissen. Einer ihrer Aspekte ist die Magie, so wie es bei Hesinde auch der Fall ist. Ganz offensichtlich ist sie der Schlüssel zu diesem geheimnisvollen Ort. Aber da sie ja leider in laute Einzelteile zersprungen ist, dürfte es unmöglich sein, diese zu finden. Nicht unbedingt. Ich habe bereits einige Teile finden können. Das ist ja kaum zu glauben. Wie ist euch das nur gelungen? Das ist eine lange Geschichte. Sie waren sehr gut versteckt und nicht leicht zerringen. Aber selbst wenn es euch gelingen sollte, alle Teile der Statuette zu finden, so kennt ihr doch immer noch nicht den Ort, an dem sich das Tor befindet. Ich werde noch einmal mit Erzmargos Akorim darüber reden. Er ist eher der Experte, was Echsenwesen betrifft. Er hat ohnehin schon Andeutungen fallen lassen, dass die Statuette etwas mit seinen Forschungen zu tun haben könnte. Wir werden auf jeden Fall auch in unserem Archiv nachsehen, ob wir weitere Informationen finden können. Große Hoffnung habe ich zwar nicht, ihr wisst selbst um das Durcheinander. Und die schwarzen Amazonen haben durch ihre Suche die Situation noch verschlimmert. Wenn ihr schon einmal dabei seid, könnt ihr vielleicht auch nachsehen, ob ihr etwas über ein Ritual findet, bei dem Seelen, die in der dritten Sphäre verblieben sind, einen neuen Körper gegeben wird? Das klingt sehr nach Nekromantie. Ich meine, mich erinnern zu können, einmal etwas über ein solches Ritual gelesen zu haben. Es hatte auf jeden Fall mit den Nekromanten-Zirkeln zu tun, die während der Magierkriege in Kosch ihr Unwesen trieben. Ich werde zusehen, dass ich die entsprechenden Berichte finde. Am besten ist es, wenn ihr später nochmal wiederkommt. Das werde ich machen. Ich muss jetzt ohnehin erst mit Erzmagistera Chorium reden. Und nochmal vielen Dank für euer Eingreif. Ja. Ich muss da nochmal rein. Ganz toll. Die Statuette. Anscheinend halte es sich bei den Teilen der Statuette, die ich gefunden habe, um einen Schlüssel, der zu einem mir unbekannten Ort führt. Da die Statuette exischen Ursprungs zu sein scheint, sollte ich nochmal mit Erzmagistera Chorium darüber sprechen. Mit Erz Magus. Schließlich ist er Experte in exischen Dingen. Ich hoffe, er hält sich noch im Stadtarchiv auf. Suche Frenia auf. Möglicherweise ist Frenia eine Schwester der Marder, ebenfalls auf der Suche nach dem Dokument. Aus dem hier Sinde-Tempel. Ardard und Turin haben mir die Vermutung geäußert, dass es sich bei dem Dokument, bei dem im Dokument erwähnten Adamanten, um einen Mardamanten handeln könnte. Ich muss Frenia unbedingt finden und mit ihr sprechen. Suche den Tempel erneut auf. Ardard weißen Felser erinnert sich schon einmal einen Bericht über das Seenritual gesehen zu haben. Ja, wir versuchen es im Durcheinander zu finden. Ich sollte später noch einmal im Gesinde-Tempel vorbeischauen. Ja. Habe ich irgendwas im Inventar, was weg muss? Nein. Hi. Laurelin ist mein Name. Wollt ihr euer Talent im Bogenbau verfolgen? Äh, ihr habt ein neues Spiel. Also die Fässer da hinten. Na, wollt ihr unser neues Spiel ausprobieren? Diesmal ist das ganz bestimmt ein ehrliches Spiel. Wieso kann ich euch das nicht glauben? Biert es aus, dann werdet ihr es schon sehen. Äh, na gut, obwohl ich jetzt schon bereue. Wo ist dein Satz? Nur einen Silbertaler und ihr könnt bis zu einem Dukaten gewinnen. Dann erkennt ihr mir jetzt mal, wie das Spiel funktioniert. Es ist ganz einfach. Seht ihr die Fässer hinter uns? Aber sicher doch. Habt ihr etwas darin versteckt oder soll ich sie zerschlagen? Äh, ihr müsst nur drei Äpfel mit euren Füßen in den von den Fässern abgetrennten Bereich befördern. Je schneller euch das gelingt, desto höher euer Gewinn. Wie schon gesagt, ganz einfach. Äh. Menschenkenntnis. Anscheinend bin ich das wirklich ehrlich. Haben wir doch gesagt. Ein ehrliches Spiel. Sollen wir anfangen? Äh. Ja, kann losgehen. Hier, dein Satz. Hab ich gerade ein Autosave gekriegt? Äh. Ah, ich roll den ab. Okay. Das war ein Volltreffer. Hier kommt der zweite ab. Okay. Das war ein Volltreffer. Hm. Ihr habt dreimal getroffen. Und das sogar in einer gar nicht so schlechten Zeit. Hier habt ihr euren Einsatz zurück. Immerhin etwas. Wollt ihr es noch einmal versuchen? Vielleicht habt ihr diesmal mehr Glück. Immer noch. Okay, jetzt nachdem ich es einigermaßen kapiert habe. Okay. Ja. Äh. Da. Eine Reife Lässer. Wie wäre es mit noch einem Versuch? Vielleicht könnt ihr euren Erfolg... Vielleicht später. Hm. Jetzt ist wieder die Anordnung durcheinander. Hm. Also erstmal in unserer Anwesenung mit Quark reden. Und hier die Jungs wieder in die richtige Reihenfolge bringen. Das ist leider doof, dass ich die nicht verschieben kann. Aber ich hätte sie gerne in der richtigen Reihenfolge. Äh. Oh, gehen wir mal kurz erst in die Taberne. Oder fragen wir mal bei Pryo danach, ob er was Neues weiß. Mit ihm können wir gar nicht mehr reden. Okay. Sicherheitshalber mal ein Quick-Safe machen. Nicht, dass es doch noch irgendwelche Probleme beim Laden gibt. Nicht, dass es doch noch nicht mehr geht. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020